Wir wollen diesmal auch wieder nicht festnageln. Die Aussagen dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Ich hab'n Diskussionen satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, hab' ich noch lange keinen Sex. Ich ertrack' das nicht. Ich ertrack' das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Na, auf und ab nochmal ab. Verpiss dich. Weißt du was? Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank. 3, 2, 1